Ich stand einfach mehrfach in diesem Wattenmeer, das ich vorher nicht kannte und dachte mir so, da könnte man mal einen Science-Fiction-Film drehen, das ist ja großartig. Und wenn hier jemand in einem Raumanzug rumlaufen würde, dann würde ich das glauben, dass das ein Wasserplanet ist. Tim needs to make everything really authentic. There are not a lot of VFX, there are amazing sets. I mean, really, you're amazed, blown away. On the, you know, the floating weather station that we shot, these massive studios full of God knows how much water to allow, actually massive, full-size floating elements within it that they could shoot around, create waves and chuck water at you and do, you know, it's amazing. The whole way the world has been manifested, I think it's exceptional. Gewisse weite Bilder treten wir dort, on location, um diesen Production Value zu haben und diese echte Natur zu spüren und gehen dann für komplexere Sachen, wo dann irgendwie Details dazukommen oder auch, wo die Bauten etwas komplexer werden oder so, gehen wir ins Studio. Der Schuss ist jetzt aus dem Boden. Bam! Das sich auch das angefühlt hat, wie on location, und zwar ohne dafür Greenscreen zu benutzen, sondern wirklich ganz klassisch mit Fotohintergründen. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es authentisch sich anfühlt und dass es sich haptisch anfühlt. Es ist sehr subtelig und schaupert.